Gut. Cool, wir haben hier Pauline Blacks, the voice of the Selector. Pauline, wann hast du angefangen mit Singen? Wann habe ich angefangen mit Singen? Wahrscheinlich in 1976. Ich habe mir selbst die Gitarren gelernt und ich habe mir selbst gelernt, wie ich ein paar Songs schreibe. Ich habe mir immer ein Pub gemacht, und ich habe mir einfach gesagt, ich singen. Kannst du uns erzählen, warum sich Selector 1982 getrennt haben? Ich denke, der Hauptsache, warum der Selector split war, war, dass der Musikstil verändert hat. Und Celebrate the Bullet, ich finde, Celebrate the Bullet ist eine klassische Song und das Album ist es auch. Bei der Zeit, als er rauskam, haben sie nur John Lennon und Ronald Reagan gefangen. Also es war nicht ein guter Zeit, um ihn zu kommen. Und der Rekord hat nicht so gut gemacht, als was er sollte, und ich glaube, dass die Leute nicht vorbereitet wurden, für die Veränderung, die passiert ist. Und Scar hat einfach aus der Form, ich meine, er hat diese zwei Jahre geklappt. Pauline, du bist ja noch einmal mit Selector von 1991 bis 2006 getourt. Warum tut er heute nicht mehr? Ähm, well, that came about in 1991, I mean, how that first started was, that Neil Davis and myself, who was the original songwriter in the Selector, were asked to go and do some shows with Bad Manners. And two members of Bad Manners, Martin Stewart and Mick Welsh, came up to us and said, would you like to reform the Selector, with my bass and keyboards, and we'll do a tour of England and we'll do a tour of America, which we did, and then we kind of stayed together. Neil was with us for two or three years, then he went, then Gatz Hendrickson, who was the other singer in the Selector, came in for a couple of years, and then it kind of just, you know, carried on. So, und nun kommen wir natürlich zur Frage der Fragen. Was sind deine musikalischen Vorbilder? Und jetzt noch was zur Historie. Du bist ja schon das zweite Mal hier in Roslau, denn 2003 warst du ja schon mal hier. Wie sind deine Eindrücke und gefällt es euch eigentlich hier in Roslau? This is just a really brilliant, brilliant place. I mean, I don't know what it is. It's because within, what, three days, four days, we played two castles. Mainz, 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 Mainz Castle, and here in Roslau. So, yeah, it's the two castles. I live near two castles anyway in England, Kenilworth Castle and Warwick Castle. I always enjoy Germany. You have a very particular kind of people who like SCAR here, and it's a very kind of devoted crowd, and it's just great. It's great to come and play a country as big as this, which isn't America. Canst du uns einen Eindruck über die Entwicklung der Gasszene in Deutschland schildern? Well, it's gone through so many changes. I mean, you know, I stick to very much the kind of two-tone blueprint for it. But it's wonderful to come here and see bands, you know, from Venezuela and things like that. I, this year, I went to Argentina and to Brazil. Did six shows in Brazil and two in Argentina. And that was just fantastic as well, to go halfway around the world and see a whole load of other people who have their own SCAR scene and how good that is. And then we went to Australia. I went with Neville Staple from the specials, Frankie Roger from the beat. And again, I mean, you know, it's a different kind of SCAR with the SCAR bands there, but nonetheless, they like all that came first, like the SCAR fights, and they like TUTOR, they like third wave, you know, probably on top wave. Dankeschön. Dankeschön. Auf Wiedersehen.